Das kann doch nicht sein, Frau Lauduping, dass Sie schon wieder nicht kommen können. Wie fühlen Sie sich heute? Lassen Sie sich ruhig Zeit. Ich bin nicht besonders. Jeden Tag das Gleiche. Ist immer noch keine Besserung eingetreten? Nein. Seitdem ich hier bin, ist alles nur noch schlimmer geworden. Das ist ganz normal in Ihrer Behandlungsphase. Wie haben Sie sich als Kind gefühlt, als Sie die Streitereien Ihrer Eltern miterleben mussten? Norbert, das ist wichtig für Sie. Norbert! Norbert, die haben Sie in den Keller eingesperrt. Und ich habe viele einsame Stunden dort unten verbracht. In dieser verdreckten Hölle. Norbert, Sie werden es niemals schaffen, die ganze Welt in Ordnung zu halten. Soll das Ihr Leben lang so weiter gehen? Norbert, ich bin ziemlich stolz auf Sie. Ich finde, Sie sind heute sehr gut vorangekommen. Es sieht wirklich gut aus. Bis in zwei Wochen lang. Es hat sich erledigt. Ich denke nicht, dass ich Sie noch länger brauche. Ich habe jetzt jemand anderen. Ich habe ihn raus und es ist nicht der Kugel. Und ich habe ihn verloren. Ich habe ihn nicht vertreten. Es war enfin, ich habe ihn, ohnehin gut zu halten. Ich habe ihn deutlich an. Ja, 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 ja.